Noah, wie fühlt man sich? Was passiert? Erzähl mal. Ich rufe den scheiß Kunden-Service von der Deutschen Telekom an, weil ich meinen PIN an meine SIM-Karte gesperrt habe. Jetzt sitze ich hier, vor der Gamescom, kurz davor die ASTM anzuhauen. Meine ganzen SIM-Karten-Daten sind alle in Dortmund. Das habe ich dir erzählt. Das ist eventuell ein Lied, ein Song mit epischer Musik, wie er versucht, gerade sein Puck auszufinden. Ich danke Ihnen vielmals. Haben Sie irgendwelche Fragen? Nee, eigentlich nicht. Jetzt habe ich auch einen PIN genommen, der personalisiert ist. Passt. Ich danke Ihnen. Ja? Ja. Also heißt, für jemand anders, der hat dann auch unbegrenzt, für 19 irgendwas? Oder wie? Genau, richtig. Korrekt. Ja. Wäre denkbar. Also, wenn Sie mir da vielleicht so Unterlagen zusenden könnten. Oder nochmal das im Überblick. Jetzt kriegt er Hilfe in die Waschmaschine. Schönen Tag. Ich Ihnen auch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Und dann immer noch was anrehen, Digga. Selbst in der Notlage wollen Sie einem noch das Geld aus der Tasche ziehen. Solche Schweine. Obwohl, Deutsche Telekom muss man gestehen. Zwei Minuten habe ich da angerufen. Bob sofort den Puck bekommen. Was willst du mehr? Boah, Jungs. Ihr sagt euch, Köln ist doch eine der schönsten Städte in der Bist. Wenn ich so die schönste. Da hinten ist die Köln-Messe. Da geht es gerade hin. Und guckt ihr die an. Die Hacker-P-Taste da oben. Einfach auf dem Kran am Saufen. Wenn man da pissen muss, dann hat man auf jeden Fall ein Problem. Ja, let. Aber einfach Gaming-Stuhl haben. Aber was machen die da, wenn ich das? Ich weiß, ich habe das aber auf TikTok gesehen. Ich weiß jetzt, was ist das? Ey, chill. Na wirklich mit Gaming-Stuhl. Du hast recht. Was war das? Die zocken da oben. Ja, oder die zocken, aber die zocken auch. Und hier raus? Hier raus? Hier ist es auflaufen, Gaming-Stuhl. Köln-Messer-Bob. Ich weiß nicht, wie viele hier sind. Hier ist 8. Hinter 8 müssen wir einfach nur noch zu. Tag Nummer 2. Hier ist der Livestream. Hallo. Tag 2. Tag 2, hier ist der Livestream. Vorne Gamescom. Wir müssen den Jungs aber noch ein paar normale Stände zeigen. Wir waren jetzt gerade im Business-Bereich. Ja. Jetzt gehen wir da jetzt mehr oder weniger ab X-Tage-mäßig so. Da ist halt jeder mehr da. Das ist halt, ne? Panzerbote habt ihr euch mitbekommen? Panzerbote, Drexel und Ola wurden gefruttet. Gestern Abend am Restaurant habe ich so nebenbei noch mitbekommen. Bitte, ihr habt ihr euch mitbekommen. Hiermit machen wir einen Vlog. Ist da Bescheid? Ich weiß nicht, wie fast tief ist, kommt der raus. Ja, genau. Wir sind gut dran. Wir geben uns Mühe, Chat. Lass da auch regelmäßig die Vlogs kaufen. Welche alle? Welche alle? Was? Die 8? Ja, gerne. Jetzt auch ein Vlogs? Jetzt auch ein Vlogs? Da hinten sehe ich zum Beispiel Dinge. Die Legende. Könnt ihr ihn erkennen? Das würde mich mal interessieren. Wer ist das? Der sorgt auf jeden Fall für die nächsten Monate für ordentlich Entertainment. Fritz Meinecke, sehr sympathischer Mann. Guck dir das doch mal an, Chat hier. Ganz wild. Ich dachte, ich bin schon groß, aber wer ist er dann? Der ist ein Kopfgrößer. Junge, Alter. Ich habe Angst vor dir. Ich renne weg. Lass mich in Ruhe. Ich habe Angst vor alles. Ich habe sogar Angst vor Horror-Spielen. Ich schwöre es euch. Wenn so einer vor dir steht, ich schwöre es euch. Bei sowas bin ich immer so ängstlich. Also ich sage es euch so wie gesagt, wir können ja noch kurz darauf eingehen. Twitch.com für Creator lohnt sich. Für Zuschauer dieses Jahr schon, wenn ihr den ein oder anderen treffen wollt. Aber wenn ihr jetzt wegen so Spielen hier seid, um coole Games zu zocken, ist es jetzt nicht so gut. Weil die Wartestanden sind ja jedes Jahr. Das ist ja nicht das Ding. Aber man hat hier keinen Fortnite. Aber das willst du auch in Fortnite kurz zocken. Man hat keinen FIFA. Man hat die großen Dinger. Die fehlen einfach. Das merkt man auch. Weil auf der Gapzone läufst du da drüber. Und du erkennst vielleicht ein, zwei Spiele und dann war es das so. Also ich jetzt. Es gibt auch andere Leute, die dann ein bisschen breit gefächert das ganze. Boah, wie wild die Jungs aussehen, Chef. Aber bei der Hitze. Aber zwar könnte ich ein Bild mit dir machen. Achso. Guck mal andersrum sogar. Ja, passt das doch. Ja, geil. Aber ich glaube, da drunter muss Miefen. Ihr seid krass. Das sind die, die sind richtig tapfer. Wir halten das hier durch. Selbst mir ist es super mit dem Aufzug. Monsen. Wir haben dich zwei Stunden lang gesucht. Nicht dein Ernst? Ja. Hast du mich hier wirklich gerade gesucht? Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen sprinten, Chef. Dann holen wir uns Adam und schenken Ihnen hier den sehr erkämpften Adam. Ach ey, Adam. Farming Simulator um. Da ist Adam, nicht Adam. Da mache ich ja Adam. Adam. Ja. Moin. Grüße nicht. Hallo. Grüße nicht. Ich hab's ja schönes mitgenommen. Ah, weggebracht. Farming Simulator. Farming Simulator. Als hätte ich nicht schon genug Werbung für die gemacht. Nein. Tatsächlich habe ich das mit Blut und Schwarz verteidigt. Und dafür springe ich dir einfach mal vorbei. Das sieht doch so besser aus als das Mensch, was du jetzt hast. Geil. Na Noah, willst du weiterspielen? Boah. Ich wollte gerade eigentlich sowieso noch was kriegen. Geiles Spiel auf jeden Fall. Wie heißt das Spiel? Wie heißt das Spiel? Klaus. Manchmal ist es zwei. Ich bin ja wirklich nur FIFA, Vollgas und Sport. Ja, ja. Das ist die Kamera, die ich auch anhalte. Bei Dingen. Das ist voll krass, Alter. So eilig haben wir es jetzt. Adam. Ciao, ciao. Dann siehst du. Der hat ja auch ein Mikrofon, Chef. Der hört sich immer selber. Das ist so verrückt. Ich könnte das gar nicht, Chef. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet beim Zocken. Man kann ja auch das Astro so einstellen, dass man sich selber hört. Damit man nicht zu laut wird. Das macht mich immer total irre. Das könnte ich nicht. Weil ich dann mich immer versprechen würde, weil ich mich immer selber hören würde. Weißt du? Lass uns echt mal kurz hinsetzen. Ich bin ehrlich. Sonst gehe ich hier kein Hockey. Best Mann, Alter. Das ist der beste Mann. Oh. Der beste Bartender. Wir sind alle Gäste. Und das ist geschafft. Aber hier. Er tut es. Okay. Okay. Es ist über 55, 60%. Ja. Wie viel? Wie viel? Es ist über 55, 60%. Es ist wie polische Wodka, aber es ist nicht die gleiche. Es ist nur für unsere Klienter und Klienter. Aber ich glaube, ihr könnt es probieren. Okay. So. Ein einfaches Shot. Cheers. Cheers. In Polen, was wir sagen, wenn wir trinken? Wir merken, dass wir wieder in Polen sind. Das ist eine Brügelung. Komplett perfekt. Guck mal, der geht hier rum mit dem Ding. Füllt alle ab. Füllen wir mal. Hier geht es richtig gut. Man muss hier mal gut nachspülen, sonst knallt es richtig im Deckel. Es ist sehr warm, man bewegt sich viel. Und dann noch den Polisch Wodka hier. Ich glaube, ihr wollt das mal machen. Ich glaub, ihr wollt das mal machen. Ich bin in like a star, you can't stop my shine. I'm by the cloud nine, my head's in the sky. I'm tall out. Noah. 15 Stunden. Wie fandest du den Tag heute? Luste. Super. Anstrengend, aber geil. Sag was. Der Tag war sehr, sehr geil. Ehrlich. Ja? Jetzt geht's zur Aftershow-Party. Let's go! Wo er mich hieß. Wo war's denn? Was war's denn? War ein chilliger Tag. Ja, heute nicht 27 Kilometer gelaufen. Heute ein bisschen entspannter gemacht. Aber war gut. Auch wieder vieles im Konsum mitgenommen. Ja, viel Essen. Okay. Hey, hey, hey! Hey, die Scheiße weg! Woops in my home was never on the ground like a woops Ey, yo Ey, ey, yo Ey, ey, yo Ey, ey, yo Ey, 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 oh, oh Ey, 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 oh, oh, oh I got no room Is that your hammer? You're my one day Woops in my home Every on the ground like a woops in my home 22.30 Uhr 23 Uhr Wir wissen nicht, wie man hier aus dieser Anlage rauskommt Ja, ja, verloren Die sind einfach verloren Ja, hier ist Alarm Ne, lieber nicht ziehen Nein, Bruder, hör auf Da ist Alarm, Digi, der ist Alarm Nein, okay, ciao Ja, ja Endlich 22 Uhr Raus aus der Bude Noah, willst du noch was als letztes noch sagen? Wir gehen jetzt Döner fressen und lassen uns schmecken Lassen uns schmecken Ja? Schmeckt's denn auch, äh, schmeckt auch dein Becher? Der Becher schmeckt Edens, ah, was? Edens? Edens Ja, das Wort davon Ja, perfekt Und 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 Oh Bewert du den Döner? Wie findest du den? Gut Schmeckt Was trägst du immer dazu? Eich Apanta Xotic Heute mal Alram War exotisch und gar nicht Nimm mal einen Schluck